Ein Vietnam Motorrad Roadtrip, das war schon lange unser Traum und wird nun endlich für uns Realität. Wir sind Mark und Lara, Reiseliebhaber, die seit mittlerweile fünf Jahren um die Welt reisen. Jetzt steht unser neustes Abenteuer an. Wir sind aktuell in Vietnam und fahren auf eine 18-tageige Reise mit dem Motorrad von Hanoi über den berühmten Ha Giang Loop an die Ostküste zurück in die Metropole Hanoi. Unser Motto, planlos geht der Plan los und damit willkommen zum Abenteuer Vietnam. Und willkommen Leute zu einem neuen Video hier aus Vietnam. Die Lara sitzt hier neben mir. Wir sitzen in einem kleinen Restaurant. Ich habe fast meinen Abend die Kokosnuss reingetan. Und wir essen eine Loaded Coconut, was einfach Curry ist, Vegetable Curry in einer Kokosnuss, was ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wir hatten gerade den Schock unseres Lebens. Wir haben nämlich das letzte Video, das ihr gesehen habt, hatten wir einige Sequenzen in Ultra-Slow-Motion gedreht. Und hier sind dann das Footage durchgegangen und dachten dann, wir hätten einfach den kompletten Vlog in Slow-Motion gefilmt. Und dann hättet ihr einfach die Hochzeit verpasst und alles andere. Und das war einfach so ein Highlight-Vlog, deswegen hatten wir einen kurzen Schock. Ihr seht ihr, wie das natürlich ein bisschen Zeit versetzt, aber wir filmen gerade jeden einzelnen Tag. Ja. Und ja, heute befinden wir uns weiterhin in der Stadt Zappa. Wir haben hier zwei Nächte und die Stadt ist super cool. Sie liegt auf jeden Fall in den Wolken, es ist hier ständig nebelig. Es ist super busy. Es gibt auch so einen negativen Punkt meiner Meinung nach, und zwar Kinderarbeit. Kinderarbeit ist hier ganz groß. Das sind Babys. Auf der Straße sitzen einfach wirklich so ein- bis zweijährige Kinder und die kriegen dann einfach nur so einen kleinen, äh, so eine Bowl. Da kommt dann, also da sammeln die Geld und die werden dann einfach auf die Straße gesetzt. Und die haben halt teilweise nicht mal Socken oder so, sondern es ist einfach abends 6 Grad. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich gebe denen auf jeden Fall, also egal wie viel Mitleid man hat, gebe denen kein Geld, weil das unterstützt es. Da sitzen die Eltern und gucken zu. Weil die wissen, dass die Kinder mehr Geld kriegen. Aber genug Negativität. Zappa hat auch sehr, sehr viele coole Seiten. Wir haben heute Morgen schon eine fette Ausbeute für Lara besorgt und zwar... Zeig euch die jetzt mal. Ich muss euch mal sagen, in Vietnam wird Nordways hergestellt. Also hier ist auch die Produktion. Lara hat die Jacke gekauft. Für 300.000 war es 12 Euro, 13 Euro für so einen Nordways Windbreaker, der richtig gut aussieht. Komm, zieh den mal an. Komm, komm. Jetzt? Ja, machen wir eine kurze Modestoppel. Wir haben hier die Reißverschlüsse. Also darauf müsst ihr euch achten, wenn ihr Sachen in Vietnam kauft. Dass sie hier gut genäht sind, dass die Reißverschlüsse gut funktionieren. Wir haben jetzt aktuell wirklich nur ein Outfit, an dem wir schlafen, fahren und exploren. Wir sehen können, dass es richtig kalt ist, weil Laras Nase ist jetzt schon rot. Die Luft ist so kalt. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und schauen uns die Stadt an. Hier kommen die den Tee. Das ist ja geil. Da ist aber Tee drin. Sind wir fertig? Ja. Alles gut? Alles perfekt. Ja, es waren 180.000 Dollar. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich hoffe, dass die Kamera nicht negativ beeinflusst, was für einen Preis wir bekommen. Hallo! Das ist der Laden, der war direkt neben unserem Restaurant. Lara wollte sich so ein Vlies kaufen. Hat in Hanoi auf jeden Fall 900, 700 bis 900 gekostet. Mal schauen, was es hier ist. Komm mal scrollen. Tschüss, mein Liebes. Ja, okay, wir gehen weiter, weil sie schon direkt beim ersten Teil einen sehr hohen Preis geplant hat. Also 30 Prozent höher als bei dem ersten Verkäufer, wo ich auch meine Jacke her habe. Aber es gibt hier so, so viele verschiedene Läden. Eine Jackenparadies hier. Ja, generell ein North Face Paradies. Was ist dein cheapest Preis? Du siehst 180. 1,2. Oh, was ist dein bester Preis? 180 ist sehr viel. Hä? Was ist dein bester Preis? Wie viel? 50.000 Dollar. Nein. 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 Kannst du irgendwie so gar nicht glauben, wie schön es hier in Sapa ist. Die Stadt, die liegt in den Wolken. Es ziehen die ganze Zeit so Wolken durchs Dorf. Und es sieht so mystisch aus. Also ich könnte, wenn ich meine richtige Kamera dabei hätte, die große, ich kann so viele Fotos schießen. Und es sieht alles so cool aus mit den Lichtern. Und es erinnert mich total so an Tokio, Japan. Ja, so cool. Es ist einer der Orte, wo ich mir denke, hier würde ich gerne meine Eltern mal hinbringen und denen das so zeigen, was das ist. Weil das ist etwas fernab von allem, was ich jemals gesehen habe. Die letzten drei Tage waren Anstrengend. Jeden Tag irgendwie um die zehn Stunden auf dem Motorrad unterwegs. Don't get me wrong. Mit Abstand die schönsten Stecken, die ich in meinem Leben gefahren bin. Auch ein paar heikle Stellen, die mich ein paar Nerven gekostet haben. Eine kalte Hütte. Aber es lohnt sich vollkommen. Also eine Vietnammotorradreise hier im Norden ist unglaublich. Und jetzt stoppen wir noch kurz für eine Suppe. Essen die. Vogel heißt das. Wir sind in einem kleinen Laden. Das können wir euch mal markieren in der Karte, wo das ist. Kostet nur 40.000, also nicht mal 2 Euro für eine Suppe. Hier ist es aufwärmend und dann schauen wir mal. Aber beim Shoppen haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Beziehungsweise wir haben schon was gefunden. Immer wieder in einem Laden irgendwie etwas. Versuchen aber einen Laden zu finden, wo wir einfach alles zusammen kaufen können. Ich hätte zum Beispiel gerne einen Beanie. Lara hätte gerne einen Beanie, weil wir bald nach *** gehen. Das bieb ich ja raus, was du gesagt hast, wo wir hingehen. Weil das ist ein Surprise. Ja, das können wir leider nicht verraten. Aber hier wäre das gleiche. So was dann geht. Vielen Dank. Tag zwei im Supper und Klara ist wieder unter den Lebenden. Meine Nase ist noch zu. Aber mein Bauch geht wieder zu. Wir sind in so einem kleinen Kaffee. Das nennt sich Kaffee Baro Cup. Und da werden wir uns anderen Kaffee trinken. 3 Hot Salt Coffee. Kaffee... Moin? Salted? Non. 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 Übersetz mal. Non. Ja, es war mein erster Salted Coffee ever. Bislang habe ich mich davor gedrückt irgendwie, weil der Coconut Coffee ist so lecker, dass ich mir so dachte, ich riskiere es gar nicht erst. Aber die beiden haben gesagt, dass er so gut ist, deswegen habe ich ihn jetzt bestellen. Ja, also es schmeckt schon Salz. Es schmeckt einfach wie salziger Kaffee mit Milch, würde ich auch mal sagen. Also ich gebe dem ganzen Sonne 6,5 von 10 richtig Schub an. Können wir noch Freunde sein? Es ist ein regnerischer dritter Tag in Supper. Aber wir haben heute große Sport, denn wir werden heute auf eine Aussichtsplattform hier fahren. Und die liegt tatsächlich so hoch. 3.200 Meter in der Höhe. Ja. Und da oben... Der höchste Gipfel in Vietnam. Ja. Und das ist tatsächlich sogar die höchste Stelle in Indochina. Stimmt. Ja. Und wir werden mit einer Seilbahn fahren, mit einem Zug. Und es wird ein sehr, sehr großes Abenteuer. Und jetzt gehen wir erst noch was frühstücken und in die Stadt. Denn wir wollen uns noch ein bisschen ausstatten mit warmen Socken für die Fahrt nach oben. Na, was sagst du zum Wetter, Klara? Ich hasse das Wetter. Es ist so kalt. Es ist wieder Sommer und Sonne. Moly, Klara, Moly, Mark. Regen ist nicht deren Ding, glaube ich. Hier ist es kalt drin. Es ist überall kalt drin. Es ist hier kalt. Die heizen nicht. Ich weiß nicht, warum. Die laufen lieber in den Jacken rum, als zu heizen. Es ist nicht unmenschlich. Es ist sparsam. Einen kleinen Pfau. Einen kleinen Tee. Und dann geht es, glaube ich, nochmal kurz shoppen mit den beiden. Die brauchen dicke Sachen. Und dann geht es auf die Bergspitze schon. Genau so ist es. Kalt. Ja. We want to change address. Ich glaube, auch niemand kann empfangen ein Päckchen. Eigentlich hier in Sabra. Und es hätte eigentlich schon längst da sein sollen. Aber es wurde heute vom Zoll aufgehalten. Weil es im Ausland von Vietnam hier reinkam. Jetzt ist es ziemlich schwer, ja, weiter zu reisen. Und gleichzeitig das Päckchen zu empfangen. Jetzt versuchen wir quasi eine Umleitung einzurichten, damit das Päckchen weiter gescheckt wird an den nächsten Ort, wo wir hinkommen. Mal hoffen wir, ob das klappt. Aber wenn keiner Englisch spricht, ist es äußerst schwierig, das umzusetzen. Aber wir drücken denen den Daumen, dass sie noch ihr Päckchen bekommen während der Reise. Wir befinden uns jetzt normal in einem gleichen Laden wie vorher. Klaras eine Jacke ist nämlich im Arsch. Das Ding braucht sie auch noch Ersatz. Und der Teil hat mir gesagt, ich soll mir bitte unbedingt eine neue kaufen. Da kannst du nicht mehr sehen. Beim Video-Edit zoome ich teilweise 50% ran, damit man diese Jacke, die hier auseinanderfällt, bei Klara nicht mehr sieht. Ich will doch nur eine schöne Jacke. Was soll denn das? Ich will doch nur eine schöne Jacke. Ich habe eine Fleece-Jacke gefunden, die ich gut finde. Aber ich weiß einfach nicht, ob das Sinn macht, jetzt noch eine Fleece-Jacke. Zeig mal an, zeig mal. Okay. Die Leute können da unten reinschreiben, ob es ihnen gefällt oder nicht. Bitte hatet mich nicht. Ich finde, die sieht gut aus. Was meinst du, was sie dafür wollen? Zehn Euro. Zehn Euro? Aber die sieht echt gut aus. Also wenn man nicht mal aus der Ferne so betrachtet, die passt. Von der Größe. Halt da drüber die weiße Nordwestjacke, die du jetzt auch neu hast. Ja. Aktuell ist es so, man könnte die hier anziehen. Dann könnte man da drüber meine neue weiße Nordwestjacke anziehen. Und dann darüber noch eine Jacke, weil es einfach nur kalt ist. Ja. Vor allem, wenn wir gleich auf die Spitze gehen. So, das ist jetzt eine S. Oh, die ist besser. Schon viel besser. Jonathan auch in weiß. Aber ich habe gerade die gefunden. Ich mag die Farbe richtig. Diese hier. Dieses Beige. Sagt mal Bescheid oder schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr einen Haul von uns haben wollt, mit all den Sachen, die wir uns hier in Vietnam gekauft haben. Ich will das direkt in diesem Video machen. Wir machen den Dance of Hall. Ja. Wir haben einen Käufer. Jetzt twinnen wir einfach. Die Jacke kostet 700. Ich so, nee, nee, nee. Warte mal. Wir haben gestern hier zwei Jacken gekauft. Die kosten 500. Ich weiß. Sie so, nee, du hast hier keinen gekauft. Ich so, was? Ich war gestern Abend noch hier. Aber Jonathan hat die jetzt bekommen für den Preis, der angesetzt war. 500. Hallo. Hallo. Wir lieben Vietnam. Ich glaube, ich habe eine Jacke. Wir kaufen fünf Mützen und eine Jacke. Welchen Prins wollen wir nehmen? Wir wissen, eine Jacke kostet 300. Ja. Und wir wollen jetzt für diese fünf Mützen auch 300. Das heißt, 600 insgesamt und 700 nehmen wir noch. 500 vor Ort. 550, yeah. Okay, all right. Die Vietnamesen handeln irgendwie nicht so gerne. In Bali ist das immer so ein Hin und Her. Das macht so viel Spaß. Die sind dann so, no, 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 no. No, no. 8,50. Und dann bist du so, no, 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 no. 7,50. Dann sitzt man irgendwann beim Teetrinken da. Ja. Und ist so in die Familie aufgenommen, wenn man spaßig genug macht. Und hier ist so, no. Schaut euch die Mechi-Mechi-Girls dann. Wie witzig. Nein, du hast doch auch die Weiße an. Weißlos. Also wir fahren jetzt auf jeden Fall auf den Fanzipan. Und die Aussichtsplattform liegt 3000 Meter in der Höhe. Der oberste Punkt ist einfach der höchste Punkt ganz innen durch China. Und man fährt einfach mit der längsten vertikalen Seilbahn der Welt. Wir werden erstmal mit dem Zug bis zur Mittelstation fahren. Dann mit der vertikalen Seilbahn. Und müssen dann noch einige Treppen nach oben laufen. Also schauen wir mal, was es wird. Wir haben jetzt die Tickets gekauft. Die haben 73,70 Euro gekostet nach Umrechnung. Die haben gesagt, die Wetterkonditionen sind nicht allzu gut. Es ist nebelig und nieselig. Aber solche Attraktionen kann man einfach nicht auslassen, wenn man an so einem Ort ist und morgen abreist. Wir da drüben sind am Ausrechnen oder am Übersetzen. Weil auf dem Ticket gibt es Freebies. Das heißt, man kriegt irgendwie kostenlosen Kaffee. Und was bekommt man umsonst? Ein Heißgetränk oder ein Getränk im Sun Plaza. Das ist dieses Gebäude im Café und das zwischen 7 und 22 Uhr. Aber da sind bestimmt Cocktails auch dabei. Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Ich habe richtig Lust, weil wir gar nicht wissen, was uns erwartet irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir sind so mega aufgeregt, dass es als ob man so einen Freizeitpark gehen würde. Jetzt geht es weiter. Wir sind jetzt gerade angekommen. Zugfahrt war so 5 Minuten vielleicht. Und jetzt fahren wir noch 1,4 Kilometer mit der Seilbahn. Es schmeckt so nach... Wie ist das? Beens auf Deutsch. Geil! Hier ist ein kleines Dörfchen auf der Höhe der Zugstation. Und wir sind jetzt hier ein bisschen umhergelaufen. Es gibt super viele Möglichkeiten Fotos zu machen. Und es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr touristisches Dörfchen, in dem man kleine Souvenirs und so weiter kaufen kann. Und für uns geht es jetzt weiter. Wir versuchen jetzt die Station zu finden für die Seilbahn. Das sind die ganzen hohen Berge, die dann noch hinter sind. Und da fahren wir jetzt dann mit der Seilbahn. Ich bin jetzt richtig nervös irgendwie. Also wir sind jetzt hier mit 8 Leuten drin. Und ich glaube, hier passen so 30 Leute rein. Also eigentlich voll gut, dass wir so wenige hier drin sind. Wow! Wow! Also das ist einfach richtig heftig. Ich glaube, sowas haben wir wirklich noch nie erinnert. Also wir sind lange so oft auf diesen Trip. Aber wir fahren hier einfach mitten durch die Wolken durch die Werde mit einer Seilbahn, die den Guinness Weltrekord hat für die höchste Seilbahn der Welt. Und das ist einfach so krass. Und das ist einfach so krass. Wir haben jetzt die zweite Jacke übergeworfen. Und es geht, wie ihr sehen könnt, extrem steil nach oben über eine Treppe. Da muss halt noch ca. 30 Minuten laufen. Das ist doch ganz oben. Ich bin jetzt schon mal vorgelaufen. Und hier ist auf jeden Fall so eine Buddha-Statue rum. Und man sieht einfach gar nichts, da alles in Wolken liegt. Es ist so anstrengend in diesen Höhenmetern diesen Weg zu überwinden. Also von Big Buddha sieht man leider nicht so viel. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind auf der Spitze, auf der höchsten Spitze in Vietnam. Mit einer vietnamesischen Flagge. Bei der Flagge von Vietnam. Äußerst cooler Moment. Aber leider komplett zugezogen. Also wir sehen jetzt nicht die ganzen anderen hohen Berge hier in Indigo. Wir können leider nicht nach China rübergucken. Aber es ist trotzdem ein cooler Moment. Jetzt geht es wieder zurück runter. Wo bist du? Mark! Mark! Kaputt. Sehr gut. Aber hat es sich gelohnt? Es hat sich gelohnt. Wir haben so einen Hunger. Das ist unglaublich. Wir hatten heute Morgen das Frühstück. Und jetzt gehen wir das erste Mal Hot Pot essen. Die beiden sagen, das ist der Shit, den man essen soll in Asien. Deswegen probieren wir das mal aus. Darf mein Shit sagen auf YouTube? Laras erster Egg Coffee. Boah, schau dich das mal an. Das ist wie Pudding eigentlich, ne? Sehr wenig Kaffee und dann ist oben drauf so ein richtig fetter Schaum Pudding mäßig. Oh, mit dem Kaffee-Gemisch schmeckt es gut. Mit dem Kaffee-Gemisch schmeckt es irgendwie auch süßer. Ne, ist ganz gut. Ich würde dem Ganzen eine 7,5 von 10 geben. Aber schmeckt überhaupt nicht nach Ei. Ist es gut oder schlecht? Sie waren eine halbe von 10? Ne. Das ist nicht nach Ei. Ist gut. Du hast es nicht gesagt, es war schlecht. Wir sind fertig mit unserem Hot Pot. War gut. War gut. War sehr gut. Wir haben echt viel gegessen. Ich glaube, wir haben zwei Stunden an diesem Kessel gegessen. Und jetzt rollen wir nach Hause. Das hat Spaß gemacht. Wir waren jetzt gerade drei Tage hier. Ja. Vergesst nicht, ein Video zu liken. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Abend. Bye bye. Bye bye.